So, meine sehr verehrten Damen und Herren, hallo und... Andere Läden braucht ihr heute gar nicht mehr zu betreten. Gut, finden wir es sofort raus. Hallo, ihr seid willkommen. Wirf deinen Blick darauf. Wir wollen Feuerholz haben. Hast du Feuerholz hier? Gucken wir mal. Ja... Das brauchen wir nicht... Evany, Ingrid, nehm ich noch mit. Aber ganz schön teuer. Lenten Oil? What the fuck? Hm. Du hast... Kein... Nein, du hast... Definitiv... Nicht hier. Aber sowas brauchen wir. Das ist aber nicht. Aber ich hätte shit. What the fuck? Bitte kommt wieder. Wir machen Feuerholz. Ah, ich will jetzt gleich googeln, wie ich Feuerholz bekomme. Ah, Mann. Arcadia's Gaulbruch. Ja, komm. Lass mich rein. Seht euch nur grüßig um. Ich bin mir sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, gebt mir einfach Bescheid. Ich hab noch einiges im Lager. Hm. Ich hab noch einiges im Lager. Eure Hau... Ihr seht etwas blass aus. Könnte sich um eine Ataxie handeln. Die ist zu Hause... Ah, dann seid ihr also ein Alchemist? Würde ich schätzt. Guter Kranz. So, guck mal mal. Was die alles hier haben, ey. Ich denke, dass die keine Dietrich-Herzen hier haben. Wir kaufen trotzdem alles ein. Hab ich ja angekündigt. Wir wollen ein bisschen experimentieren. So, vielen Dank. Ich brauche... Ja, ich brauche da Dietrich-Herze. Ja, jetzt glaube ich noch Fleisch. Hm. Ich brauche mit... Ich arbeite für Beletor im Gemischtwarenladen. Ich brauche eine Holzverlags. Kommt doch mal in Beletors Laden am Markt vorbei. Wir haben bestimmt etwas, das ihr gebrauchen könnt. Ich brauche... Ich brauche einen Hacklotz. Nein, ich brauche... Ich brauche eine Axt. Ich weiß nicht. Ich weiß, wo es das gibt. Karte. Was ist es hier? Kurzweil. Oh, Todeshunde werden von Vampiren als Wächter hingesetzt. Ihre Herkunft ist unbekannt, doch ihr bist es so kalt wie das Graf. Hört sich gefährlich, dann. Oh, ich muss auch sagen, ja, erstmal gucken wir uns an, wie es hier aussieht. Leimwort, geil. Was auch ihr. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Ja, Schaden austeilen. Das brauche ich alles nicht. Auf Wiedersehen. Du langweilst mich. Das sieht schon total geil aus. Ja, wie ein Fallläden. Aber wo kann ich jetzt hacken? Ich brauche schon ein Hackholz, der war ja doch irgendwo da hinten, glaube ich. Da. Ich hack jetzt einfach mal so fünf, fünfzig Stück. Oh Gott. Ja, jetzt habe ich zwei Feuerholz bekommen. Hammergeil. Nochmal zwei Feuerholz. Machen wir insgesamt zehn Feuerholz, die wir jetzt hier hacken. Ich werde jetzt nochmal unsere sechstes erhalten. Ach, das war's schon. Ja, okay. Dann will ich jetzt nicht nochmal machen. Ähm, Karte. The Dragon Cliff Mane. Go back, horny. Wir haben gerade mal ein Gewicht von 337. Ich habe gedacht, wir wären jetzt voll schwer schon unterwegs. Wir haben jetzt nochmal ein Gewicht von... Bro, das war fast alles da. Da Etrarch, da Etrarch, da Etrarch, da Etrarch, da Etrarch, da Etrarch. Feuerholz. Der Held für Gold. Was fehlt uns jetzt? Der Heldraherz. Wir haben keins mehr. Hall of Fire. Feuersalz und... Alles klar. Machen wir jetzt Objekte. Den Dietrich Crossbow. Und die ganz normalen Dietrich Bows. Und jetzt testen wir das Ding. Da hinten drauf. Jetzt gucken wir mal, ob wir den Bows nicht wiederfinden. Nein. Wir finden nichts. Sieht schon hammergeil aus. So. Ähm, bum 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 bum. Ja, wir gehen allerdings weiterhin auf die Suche nach der ätrischen, ähm, ja, Dingenskriechen. Na, der Heldraherz nennen. Wir wollen unsere... Ja, ich will jetzt mal hergehen und... Ein bisschen umrüsten, sag ich mal. Ähm, ja, dann können wir so lange warten. Bis wieder Tag ist. Warte, ich will jetzt mal, ähm... Warte, ich will jetzt mal, ähm... Meine, ich... ... 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 Das ist aber kein Teil der E3-Herz hier rumfliegen, ne? Seid ihr hier um unten? Ah, dann seid ihr also ein Alchemist. Ach, ich kauf grad alles. Ne, das will ich nicht. Ich will grad nur zu karten. Aber ihr habt auch fast alles hier, außer... Ich sag mal das, was ich brauche. Kammer ätzend. Was? Ja, ja, wiedersehend. Ich hab grad arschviel Geld. Die Maus ist hier wieder schon weg. Ich hab' nicht gesehen. Manni bräuchten wir mal langsam wieder, ne? Das Gemüse ist so frisch wie ein Wintermorgen. Gab's denn noch irgendwas? Ah, hinten. Ah, ich könnte bei der Diebeskilde mal gucken. Ähm... Ich meine, die müssten nämlich auch einen Alchemisten da unten haben. Hm, so. Wirst du mal das Ding hier noch entdeckt? So. Der Chef ist da! Tralala, macht euch bereit, Kinas! So, jetzt könnten wir aber nur noch mal... So. Ich hoffe, dass aus dem Geschäft etwas wird. Ich riskiere dafür eine... So, wie viel Geld haben wir jetzt hier? Und? Tja, 806 Gold. Das sind 806 Gold. Wie ich eigentlich... Äh... 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 Wo geht's denn jetzt? Wo geht's denn jetzt? Hier geht's, glaub ich. Zum Rattenkessel gehen. Wo ist der Rattenkessel? Ah, The Wreck Flagon. Ist das eine rattische Flagge? Was? Ich glaub, ich übersetzt da grad ein bisschen falsch. So. Hier sind ganz eindeutig... Rostung. Hier ist ganz eindeutig... Wachen. Da ist der Ausgang. Hier ist ganz eindeutig... Hexenkuschel. Aber der hat... Ja, leider kein der etrisches Herz hier rumliegt. Ich verkaufe Al... Ah! Dann seid ihr also ein Alchemist! Hahaha! Neee... Der hat überhaupt nur Scheiße hier, wa? Der hat überhaupt nur Scheiße hier, wa? Der hat überhaupt nur Scheiße hier, wa? Und den hab ich jetzt schon ausgekauft. Ah! Wie ärgerlich. Ist eure... Werft einen Blick drauf! Schmied! Was hast du zu verkaufen? Ebony nehme ich immer gerne. Bis zum... nächsten Mal. Hm. Sehr ärgerlich. Gibt mir die Chance. Okay. Würde ich nicht lesen. Würde ich nicht haben. Ist so langweilig. Ah! Ich würde noch ein paar etrische Herzen haben. Kriege ich denn die jetzt her? Ja. Ärgerlich. Zwei Stück würden mir reichen. Hm. Wo kann ich jetzt zwei, drei, drei Herzen haben? Shit. Ich glaube, ich hab' schon alles ausgekauft, was der etrische Herzen angeht. Gehen wir mal hier gucken, was die da in der Fallen erstatt haben. Gehen wir mal hier. sogar we ihr